Übung 17 Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Haben Sie es schon einmal neu gestartet? Tja, da müssen wir uns das Notebook genau ansehen und es reparieren. Das stimmt. Sie müssen die Reparatur natürlich nicht bezahlen. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wir müssen uns das Notebook erst ansehen. Aber wir reparieren es so schnell wie möglich. Auf Wiedersehen. Und dann kann ich Ihnen das nächsten Mal auch Romanb rich. Dwang gab es so schnell wie möglich. Aber auch bis dann ganz anni. Wir brauchen das筫通st. Ich habe es schon mehr Leute im Kopf zu machen.